Wenn Allah redet, die Engel vor Schreck, sie fangen ihre Flügel zu schlagen und einige Engel haben hunderte Flügel, einige haben eine Flügel, einige haben mehrere Flügel, unterschiedlich, wie Allah a.s.w. sagt. Jibril hat über 600 Flügel und seine Gestalt macht das ganze Horizont im Himmel zu. Gewaltig. Und diese erschrecken sich, wenn Allah einen Befehl herunterlässt. Weiter. Und diese Worte sind so schwer für die, dass sie umfallen, ohmächtig werden, deswegen sie verbrennen. Allah sagt, hätte der Koran auf die Berge herabgesandt, die Berge, diese Felsen, große Berge, die schmelzen vor Furcht Allah. Und du trägst Koran und hast keine Furcht? Und du nimmst den Koran nicht ernst? Das ist gefährlich. Und du trägst Koran nicht mehr, aber nur die exfol etiquette, das ist gefährlich. Und du trägst Profit? Und du trägst. Aber das ist gefährlich. Vielen Dank.